So, willkommen zur vorletzten und damit wahrscheinlich schwersten Map aus Episode 4 von Free Doom, weil die letzte Map ist ja meistens nur noch so eine Endgegner-Map, wo man einfach nur noch draufhauen muss. Von daher ist die vorletzte meistens die, wo am meisten Gegner sind, wo man am meisten, ja, bischofsend wird. So, guck, lass uns einfach mal überraschen, ne? Wie viele Kinder haben wir eigentlich? Hab ich irgendwas gesagt? Klar, einfach mal 600 Gegner. Einfach mal 600 Gegner. So, mir nichts, dir nichts. Das wird eine lange Folge. Boah! Boah! Was ist das gerade? Was ist das gerade? Oh ja! Was ist das? Was ist das? Alter! Danke! Oh ja! 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 Was ist das? Wow! Das war's. 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 Woah Genau so muss man Fässer hochkriegen Boah, wie ist die Schneide runter? Das könnte gefährlich sein Boah, Alter Ja, gut You will die Oh Gott Oh Gott Was, kommen wir nicht hoch? Okay, die Geschichte Das war klar Na komm jetzt Oh, Alter Ja Ja, genau die Treppe, die ist dann runtergekommen Ist ja unfair Na gut, dann gucken wir erstmal einen anderen Weg und gucken, wo es hier um weiter geht Achso, überhaupt gar nicht Also, ich muss also unten durch Danke Na gut Na gut Bissungsweise Eigentlich Kann ich auch mal Ach, siehst du Vorbei Ich gebe mir lieber die letzte mit auf Versuch erstmal mit Ne, krass, ne Das war ja immer wieder behindert Durch diesen Rot-Screen sich natürlich diese, äh, Spektrum, die man ja nur in den roten Augen erkennt, natürlich noch weniger Krass war ja wieder typisch Krass war ja wieder typisch Krass war ja wieder typisch Oh, ey Oh, ey Oh, ey Oder was? Was ist 18? Ich bin hier Ach so O principale Kann ich Nee Wie ist vor? Ich bin hier Ich hab grad mal ein Drittel geschafft, Leute, grad mal ein Drittel. Oh Gott, allein ist es klar. Bei der Map will ich nicht noch zig kurz suchen. Oh, war das klar, klar war das klar, klar. Wieso früher? Das war ja doch klar. Oh, ich hab's noch mal. Nein. Halt. Okay, wir gehen hier vor. Das mit hier. Ja, ist ja gut, yes. Nein, Quatsch hier. Das funktioniert nicht. Ach Gott, Alter. Was? Ach klar. Das ist natürlich ein Loch, wo die alle durchschießen können. Das war natürlich sowas von klar, dass Quatsch mal die Drehbuch sein könnte. Quatsch mal wieder? Quatsch. Hier sind die Drittel. Es ist so schön. Ich rum efficiency in Mariliineti und том, dass Sie nie sagen. Das war's für heute. Was ist das? Das war's für heute. Oh mein Gott, da. Das war's. Wie wird das jetzt ein paar Helf-Packs? Oder, ne, nicht ein paar, nur ein einziges. Oh Gott, ich brauche ja echt ein bisschen Leben. Oh. Kommt mir gar nicht durch. Hä? Okay. Äh. Oh Gott. Oh Gott. Wir haben die rote Karte, wow, wir haben, wow, eine Karte bisher, eine einzige Karte. Das ist offen gesagt, ja, offen gesagt, das ist viel, ganz am Anfang. Oh Gott. War das klar, klar, war das klar, klar wie Plusbrier, hier ist ein Teleporter. Aber ohne Funktion, auch klar, klar wie Plusbrier. Es garantiert wieder nur dafür, dass sich da andere Gegner durch teleportieren können. Die Tür ist gelb, da kommen wir also auch nicht durch. Ist das schon wieder so Klischee belastet. Ist das richtig? Ja. Wow, noch ein Karte-Dumann. So. Geht geradeaus durch und jetzt da lang. Ach ja, da war was. Wenn ja. Also kommen wir wieder. Alle Karten. Ja kommt. TöER noch nicht. Jo martyr. Was ist das? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Meine Fresse, ich komme gar nicht mehr raus. Die Fresse, ich komme aus. Oh. Oh. Bye. Das war's für heute. 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 Soll... Oh Mann, Alter. Diese Map ist echt nochmal... Wie ich meinte, wie gesagt, die siebte Map ist aber die allerschwerste. weil wir sagen die achte hat das meistens so ausklingen mit wo halt ein paar extrem starke monster sind aber eben dafür nur ein paar aber die diebte mit ist immer noch mal um so richtig einfach alles was irgendwie füße hat und wenige in den ring zu werfen doch doch ja ich bin hier falsch ich weiß nicht mehr, guter Handpunktshilfe oder? doch, genau, kann hier lang wir haben ungefähr zwei drittel der ganzen gegner ja, oh Gott Da bin ich ja wieder hier oben. Boah, Alter. Was hat der denn ein bisschen da rumgebracht? Auf den Kopf schmerzen. Habe ich jetzt irgendwas eingenommen? Ach gut, eine Karte, oder? Ja, die gelbe Karte. So, was hat es jetzt hier rein reportiert? Ich steppe gleich. So, die gelbe Karte haben wir. Das heißt, wir müssen... Ah, genau! Jetzt können wir, äh... Da haben sie wieder kurz in die Tür. Ja, genau, geht der da. Äh, du? Ja, komm. Nee, hä? Dach da oben. Da können wir jetzt hin. Na ja, mit kleinen Schritten und so, ne? Ja, komm. Zähnen. Zähnen. Oh, Gott. Okay. Was die denn? die ist doch gar nicht hier so jetzt Was ist das? ich wollte es noch nicht ach so ist nur irgendwie rauszukommen aber was die Räume müssen doch müssen wir doch irgendwas bringen ich hatte überhaupt nicht wieder die blaue Karte uns kriege ich hier gar nichts aus dem Arschtritt da oben ist es weiter, oder? ach so hier ist ein Schalter vielleicht noch mal drücken das war's ja, da kommt raus hier bei der Map haben die echt noch mal jeden fieses Trick rausgekramt ich bin im Kreis, oder? hä, die bin ich reingegangen jetzt bin ich raus ach, da bin ich rein, ok wow wow hätt ich selber nicht besser machen können danke dafür wir können auf die 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 Das war's. Oh, Alter. Danke. Oh ja. Noch 100 Gegner. Oder 20 Gegner. Jetzt kann sich also kurz noch um Minuten handeln. Oh ja. 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 Warum versuche ich gegen das Spiel zu gewinnen, dass es so unfair ist? Ich kann nicht zurücklaufen, weil da natürlich die Füße in der Wand hochgefahren ist. Ich kann hier nicht kämpfen, weil ich von allen Seiten gleichseitig beschossen werde. Das ist so sinnvoll, doch nicht zu sehen. Nein. Euer cheated ... Das war's für heute. 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 Dann gehen wir wieder weg, aber das geht gar nicht. Die Stocker packt die hier immer. Oh Leute, ich bin nach Hause. Wo ist denn das hier lang? Ich glaube noch falsch rumgelaufen. Yay! Das ist doch schon wieder ein Kreis. Oh Gott, 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 das wird nichts mehr. Das wird ganz und gar nichts mehr. Na gut, einfach mal so lange laufen, bis ich irgendwann mal rauskomme, wo ich rauskommen möchte. Oh Gott. Ich bin doch quasi schon direkt vor der Tür. Wo, 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 wo ist denn das hier lang? God damn it. Okay. Scheiße, fels. Ich lasse mich gleich. Bist du hier nicht mein Drogen? Ich komme doch nicht hier. Können wir sie verarschen? Hallo? Na klar. Ich werde ich weiter wollen, dass wir die Küche aufgesetzt hatten, dass wir da eingeliehen können. Ich werde dich im Bereich dieses Himmel. Ich werde ihnen das gemacht haben. Die Küche Systeme verhalten sich, die ichiosk사 equity zu und귀步oslich wählen. UNTERTITELUNG Ah, hallo. Haben Sie noch keine 용er verstanden, Maneche? Oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Muss ich nur noch da hinkommen? Nee, das ist gut. Ach man, ich bin wieder falsch. Komm, ruf da jetzt. Hier doch. Alter. Auch die mögliche ein Unterschied. Den Weg für Sie! Abgriffen den Boden! Über die Hälfte! Du weg аgenabeth wird es ver apo�ert! Schon Baut die Chисьossen der Macks杯 spолen. Not für Sie. Ab你可以 mit dem hacen. Ist natürlich wieder getimed. Können wir uns mal timen, was ich jetzt machen soll? Wieso sterben die alle nicht? Alter, wie was, 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 was? Nein, das ist alles nicht so befeuern. Ach, klar. Ich dachte, die letzte Woche kommt gleich erst und nicht jetzt schon. Wirklich doch die Waffe scheiße. Jetzt war es krommiger. Die Waffe scheiße. 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 Ja, ich weiß. Kann ich hier irgendwo unterdacht werden, ob ich nachgier? Ich bin quasi schon tot. Geht doch. Passt doch perfekt. Ach, komm, Mann, das ist doch... Ach, das ist doch gut und böse. Wo ist dieser scheiß Pink jetzt schon wieder hier? Nee, es wird nichts. Kann ich auch hier schon. Einfach... Einfach so aufprobieren, wie ich schon brauche. Das war schon wieder nichts. Das war auch wieder nichts. Oh, da kommt natürlich noch einer. Ja, klar. Ja, klar. Oh, das war... Oh, das war das Gegner. Hier war ich noch verarschen. Naja. Bis dann. Bis dann. Bis dann.